Mein Name ist Marcel Nattke. Ich heiße Katharina Kemper. Mein Name ist Sven Bessler. Ich bin Jan-Henrik Vossen-Kämpfer. Junior Country Manager. Assistent in der Geschäftsleitung. Assistant Junior Key Account Manager. Das Trikofmann bei Brax. Das Schöne ist ja bei Brax, dass es sich ständig weiterentwickelt. Das Spannendste finde ich irgendwie, dass man eine Affinität zum Endprodukt hat. Also man kann sich damit identifizieren. Ja, ich trage heute selbst eine Brax-Bluse und ein Brax-Char. Das Beste ist eigentlich, wenn Freunde ansprechen und sagen, Mensch, was hast du da denn wieder Tolles an? Und wenn man dann sagt, ja, das ist von Brax. Eine qualitativ hochwertige Mode, die einen modernen Charakter hat und natürlich den viel guten Gedanken widerspiegelt. Es ist einfach interessant zu sehen, wie so ein Prozess von Rohstoff zu einer Hose stattfindet. Fashion ist mein Profession. Das läuft. Also ich komme gerne hin und arbeite gerne. Ja. 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 Ja.